Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu BattleBlock Theater mit Lumi und wir gehen jetzt in den geheimnisvollen Safe hinein. Juhu. Schön. Passend wie wir. Noch mehr Diamanten. Für alle die Diamanten. Geld essen. Ja, warum kämpfen wir denn so hart um Diamanten, wenn hier unten alle liegen? Wir geben die Katzen ja die Diamanten. Wir kriegen nur ein paar davon, damit wir eintauschen können. Die Katzen wollen Diamanten haben. Uft. Gebt mal ein. Klingt scary. Was? Die Vault? Uft klingt scary. Im Englischen heißt es die Vault. Klingt nicht ganz so scary irgendwie. Boah, gibt's aber doch auch was anderes als ein Uft, oder? Mh, wortwörtlich glaube ich nicht. Ähm. Ey, wir müssen uns... Oh mein, da hast du das Ding ja gekriegt. Habe ich das gerade echt übersehen? Das war dann links in der Wand. Wir müssen uns werfen, wieder mit Timing würde ich sagen. Achso, ja, warte. Oh, da. Das erscheint gerade rechtzeitig. Mach was, wie knapp ey. Oh. Oh, ich kann die blocken. Ey, warte mal, ich muss jetzt unten lang, ne? Müsst sie jetzt durchrutschen. Oder ich muss das auch mit Timing machen, ne? Die andere Option. Äääh. Oder du das einmal bis vor. Äääh. 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 Genau neben den Lüftern stehen bleiben. Das mein ich. Wir tauschen mal. Stimm ruhig mal auf den Knopf. Ja. Jetzt ist aber irgendwie fies an. So. Ähm, mach mal aus wieder. Oh, das geht ja schon nicht mehr. Na, wenn's dann noch jetzt wieder an, bitte. Dankeschön. Jetzt kannst du wieder aufmachen. Jetzt versteh ich, was du von mir wolltest. Autsch. Ach, Moment mal, ich komm hier hoch, indem ich das mach. Genau. Oh, Schofi, hätt ich das sagen sollen? Nö, ich hab nur... Ich kann ja selber überlegen, hallo. Wurde ja nur netzer, ey. Oh, verdammt. Das geht in die falsche Richtung. Ähm, toll. Wo's in die falsche Richtung geht? Also... Also... Jetzt ist das ausgedacht. Ach, verdammt. Ach, verdammt. Ach, verdammt. Ach, verdammt. Ja. Wo wird das irgendwie nix? Einer von uns muss jetzt gehen. Geh. Komm. Tschüss. Mach ab. Komm ich jetzt zu. Eins noch, ja. Über Kameras, ey. Ha, ich hab's genau da hin los, wo's glaub ich sein soll, oder? Äh, nee. Ich muss auch nicht machen, wenn ich wieder... Ach, so. Wo kannst du jetzt durchgehen? Ich hab hier, bin auf dem Knopf. Ach so. Der auch für mich drüben. Oh, der ist für mich drüben. Jaja. Verdammt. Wenn ich gut wäre, könnte ich das, oder so. Oh. Also... Ich würd sagen, Timing werfen. Ja. Timing werfen? Dann steck ich aber direkt in der Mitte fest und komm nicht mehr... ...dreck. Du musst springen und ich muss rechtzeitig runtergehen. Hä? Guck mal zu dem Dings. Zu welchem Dings? Kristall. Ach so. Oh Gott. Oh, irgendwie... Darf ich spring hoch und du gehst dann wieder... ...und so. Hopp. Okay. Nochmal. Drei, zwei, eins. Ne, ich kann nicht springen. Nope. Aber es muss ja so funktionieren, oder? Ja. Du kannst nicht so... Bleib mal drauf stehen und wirf mich von da. Hä? Moment. Ein Stück weiter. Ja. Das passiert jetzt ohne mich. Kann ich jetzt machen. Ja, ich weiß. Ja, wir haben jetzt alle. Ich weiß nicht, ob wir noch weiter rüber müssen. Keine Ahnung. Okay, na da geht's eh nicht weiter. Ach so, wir können aber hier doch eh zurück. Hast du dir sicher? Ja. Ist auch noch ein Bullknall und alles in die Küche. Können wir kurz gucken? Ja, da rechts geht's noch lang. Okay, wir müssen dann weiter. Dann solltest du jetzt sterben. Dann da kommst du nicht wieder zurück. Das dauert. Na gut, du kannst doch laufen. Oh mein Gott. Wollen wir retten? Die kommen eh nicht bei dir aus? Doch, doch. Wie eben noch mal? Moment. Okay. Das wird schwierig. Moment. Bleibes. Da verdammt. Aber es geht. Geht. Wir müssen nur noch irgendwie ein paar Mal versuchen. Ah, im dann ganz oben mal raus gekommen. Jawoll. Ach so. Oh nein. Jetzt muss ich das gleiche auch noch machen. Was wird nicht fallen? Ah. Hat geklappt. Du warst doch mal auf Anhieb. Du warst sogar schon deutlich besser als ich. Hätte ich sie eigentlich machen sollen. Dafür kannst du andere Sachen besser. Wie das zum Beispiel. Nope. Lass mich dir doch mal Komplimente machen. Ich bin irgendwie gestorben. Das war irgendwie... Du kannst das besser. Plumm tot. Oh. Achso, ich leb ja noch, verdammt. Jetzt nicht mehr. Ähm, Moment. Jetzt nicht mehr. Komm schon. Tod. Miau. Du bist gar keine Katze. Tun wir jetzt nicht auf Katzen machen hier. Passt mich nur unseren Feinden an. Ist nicht gut. Sich den verrückten Katzen anzupassen, ist nicht gut. Miau. Ich fand der mit den Hund von der Freundin von meinem Bruder poppen. Der reagiert darauf tatsächlich. Der mag keine Katzen. Und immer wenn ich anfange zu jauzen, dann guckt er sich total hektisch irgendwo denn die Katze ist. Du musst da links unten noch was mitnehmen. Ja. Ja. Wartest du auf mich? Klar. Nicht so direkt. Ich bin gefressen worden. Ich auch. Tschüss. Er hat das Futter zurückgelassen. Scheiße. So ein bisschen. Ich auch noch zu. Oh fuck. Voller Fehlsprung. Upsi. Nein. Doch. Ach das geht nicht. Ne. Du musst erst nach rechts und dann wieder. Vor allem kann man das nicht zeitgleich machen. Also. Es sei denn wir laufen wirklich zeitgleich. Ne. Aber das schaffen wir nicht. Den links unten brauchst du gar nicht ne. Die Dinger links. Du kannst direkt nach rechts oben springen wenn du so läuft. Wenn das Timing gut klappt. Dann auch einfach so zu dir hochkommt. Sehr zu einfach. Tschüss. Boah. Der Ende mit ist safe. Alles klar. Bitte ne. Gleich muss man hier alles nochmal machen mit dem gedrückten Knauf. Ja. Vermutlich. Wirf mich. Freu dich. Wirf mich. Wirf mich. Los. Du musst halt mal auf mir stehen bleiben Mensch. Warte ich werf dich dafür mit dem Fass ab. Ne. Mach's nicht. So. Der blöde Roboter. Der kotzt mich ja jetzt schon wieder an. Yay. Scheiße. Ich hab jetzt fast auf Anhieb geschafft ohne drüber nachzudenken. Uiuiuiui. Oh. Teleporter. Wo bin ich? Verdammt. Bin ich wieder hier. Och ich war auch schon drüben. Ja weil ich nicht nachgekommen bin weil ich vollkommen verwirrt war wo ich gerade bin. Teleporter. Verdammt wieder direkt gesägt. Verdammt wieder direkt gesägt. Oh wo bin ich? Manchmal bin ich echt orientierungslos in dem Spiel. So jetzt sind wir hier. Von unten kommt ne Kreissäge. Der Teleporter. Oh. Genau dahin führt er. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hilfe. Oh Gott. Hilfe. Nein. Was ist da? Sehr gut. Bin nur dafür gestorben. Ich hab aber irgendwas verpasst glaube ich. Meinst du? Aber ich bin trotzdem für Ende. Ja. Bin da jetzt reingekommen. Rechts unten haben wir glaube ich gar nichts gemacht. Kommt du allein nicht rein? Doch mit dem Feuerstein. Ach so. Also ich hab zumindest keinen coolen Schimmer gesehen. Ich hab keinen Schimmer. Aber viel gab es auch nicht. Wir haben einen verpasst aber es gab echt wenig. Ich glaub es wird jetzt auch immer mehr so, dass wir halt wirklich alle finden müssen. Wollte ich nicht. Ich weiß nicht. Teleporter. Ja und du kommst nicht rein, weil er wahrscheinlich blockiert ist auf der anderen Seite. Hm. Schlau. Tadaa. Oh. Verdammt. Guck mal da rein. Ah. Ja fahr auch nicht. Kannst du mir dabei helfen den oben nochmal beizumachen? Ich dachte die Teleporter geben nur an einer Seite. Null. Och nö. Wahrscheinlich später. Das ist doch jetzt fies hier unten. Wie komm ich denn wo? Kann ich da nicht nur ganz von vorne anfangen? Ich komm ganz von vorne anfangen? Ich kann mich nicht töten. Hm. Er ist alleine zu ihm scheiße. Ich geh auch noch mal zurückgucken können. Aber machbar. Da links. Schwein! Nein, dann ist das Schwein nicht weg! Schwein! Schwein! Das arme Schwein kann Laser blocken, das hält Laser aus, ich glaube das ist ein Spezial-Schwein. Na gut. Blöd? Ich will gerade nach oben, aber jetzt. So, machst du unten mal auf? Ja, Tür ist offen. Wollen wir uns reden, können wir uns rauskickeln. War drin, war cool. Wie hab ich denn das Dach jetzt dahin gepackt? Was wollen wir denn mit dem überhaupt machen? Ich glaube nicht dahin tun, wo ich es jetzt hin getan habe. Wo läuft es hin? Okay, okay, lassen wir es mal laufen. Ich glaube es muss da hoch. Ich glaube es hätte hier hin gemusst. Aber es läuft doch schon. Ach ne, es läuft rum. Ne, es ist eigentlich richtig. Oder auch nicht. Was machst du denn? Es muss irgendwo stehen bleiben. Wir dürfen es nicht blocken. Nein, wir dürfen es nicht blocken. Es muss laufen. Es muss die ganze Zeit laufen. Okay, wir lassen es laufen. Komm jetzt zurück. Da komm ich nicht zurück. Ah ja, ist in Ordnung. Couch. Aber der Weg ist zu lang. Und das hier habe ich glaube ich gerade damit kaputt gemacht. Weil ich kann das Ding nicht wegnehmen. Hm. Ich glaube es darf diese Schilder nicht übertreten. Meinst du das? Ja. Ja. Super. Ich habe den gleichen Spaß mit dir vorhin. Da kommst du aber durch. Vermutlich. Du kannst da oben in der Gegend springen. Und dann unten das auch noch frei machen. Ja 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 ja. Ist machbar. Ja. Dankeschön. Jetzt habe ich ein bisschen Schweinchen bekommen. Nur weil ich dir das gelassen habe. Danke. Lass mich runter holen das wieder. Ich wollte es gerade so schön stehen lassen. Da wo es richtig ist. Es ist ja auch meins. Jetzt lass das Schweinchen da stehen Mensch. Jetzt kommen wir hier nicht weiter. Es kommt ja wieder zurück zu dir. Hör doch mal auf so Schweinchen zu springen Mensch. Wie kommst du denn da rüber ohne Schwein? Das ist doch scheiße. Mit ist viel besser. Ja. Einfach laufen. Guck mal. Jetzt musst du hier übrigens das mitnehmen. Ja. Ja toll. Jetzt. Sehr schön. So. Äh. Wo tue ich das denn hin? Ah. Es sieht so schön aus. Jetzt geht's. Knüpp 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 knüpp. Der war nicht so schön. Finde ich lieb. Watsche 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 watsche. Niederher. Äh. Da unten ist ein komischer Fisch. Was macht der denn? Viele nimmt mich nicht mit. Was? Wo bin ich hier? Hilfe. Hier unten. Bei mir. Wir müssen irgendwas mit dem Fisch machen. Aber der ist jetzt schon weg. Das ist mit dem Fisch stillmacht. Wie kann ich nicht das Loch zerstopfen? Ne. Wir müssen es teilen. Dass wir den richtigen Teleporter haben. Wenn die wieder kommen. Hä? Moment. Darf ich mal kurz? Einfach. Jetzt hast du das mit dem Ding das komplett verbaut. Ach ne. Nicht schon wieder sowas machen. Du musstest das ja unbedingt mitschleppen. Ne. Forget it. Ja. Und dein Berater-Cue. Aber der ist voll gut. Ja. Hat man gemerkt. Ach. Wenn unten und oben frei ist. Dann kommt man gleich ganz nach oben. Willst du das Schweinchen machen? Ja. Du musst heulen. Ja. 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 Wow. Hätte ich jetzt ne Felskammel. Komm her. Ja. Ich Musste schon stehen lassen. wanted to keep it there. ja ja ich habe gerade freigemacht ja 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 ich muss von ganz oben runter springen würdest du denn jetzt bitte da in berater club dastehen lassen hier habe ich das gerade gemacht hier habe den karten hochgekriegt aber die glitsch glaube ich müssen von der anderen seite vielleicht die wolken darf nicht durchziehen ob der muss hier unten durchlaufen komplett das war ja aber ich verstehe ich kann wirklich nicht gewollt kann man nicht kann man kann man gelandet keine ahnung doch eben anders gedrückt ich bin vorhin gesprungen habe losgelassen aber das war glaube ich glitsch würde ich behaupten ja aber das muss ja so sein krieg ja wenn ich jetzt den hier und befreie das macht er dann im schild oder doch auch so okay tatsächlich sind wir aus dem blitsch auch jetzt nimm friss mich doch du blöder vogel das mit dem komischen fisch die waren doch vorhin immer nur deko moment jetzt genau geschafft hey das hat mal spaß gemacht rhythmus aber irgendwie fehlt hier noch was irgendwo gibt es ja noch aber hier links unten sieht auch so aus wie hier noch irgendwas da geht doch secret level aber kompliziertes secret level haben wir auch vier minuten für das level ja weiße du bist auf dem theoretisch du bist auf dem knopf erstmal die ist doch offen jetzt offen ja dann ist gut offen ja dann ist gut offen wo hast du da alles klar wo hast du da alles klar wo hast du denn 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 ich habe keine ahnung wo ich bin ich auch nicht aber ich bin hier irgendwo das Spiel funktioniert das unterbrechende ohne du darfst damit gar nichts drücken das funktioniert super ja schon solange man irgendwie weiter kommt dabei ich bin jetzt ich bin hier oben so ich drücke einfach nichts ich lass mich einfach mal ich drücke einfach nichts ich drücke einfach nichts ganz ohne drücken geht es auch nicht ich drücke gar nichts gerade die ganze zeit ich weiß gar nicht wo ich bin ach ich bin da oben ich würde sagen ohne drücken geht super ich fliege immer noch sehr gut ich bin ein paar mal gestorben einmal übers Ziel springen musste am Ende ohne drücken man darf nur nicht über einmal übers Ziel springen hopp 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 okay wir müssen denn da die Zeit verkacken gut gute Frage oh geht es weiter düster war noch eins pack die Zeit war 21 Minuten oh hier oben ist jetzt oh das sieht nach Endgegner aus hier oben ist der Rest entgegner wir kommen jetzt wieder zurück nach unten entgegner hast du ne Ahnung ähm pfff ich nie klaff einfach auf deinem Kopf rum ne da geht es runter das ist aber ganz schön kompliziert wir atmen die Steine wir atmen die Steine also komm mach mal noch eins eins noch alle guten Dinge sind hier ach diese Föhne Föhntöne immer pssst dem Maße habe ich jetzt aber auch noch nicht gehört so ich kann ja was drücken da ist rechts dann offen musst du durch nach rechts zuerst du musst es deaktivieren hm wofür brauchen wir das öhm keine Ahnung Moment mal bleib du mal dort kurz da geht ein Stein von dir weg nein nicht da drauf weiter rechts geht ein Stein weg oh den brauchst du irgendwie noch wahrscheinlich wenn ich hier stehe da komm ich aber nicht hin so ah da unten ist die links äh nach rechts und dann hochwerf auf die nächste Höhe dann links wieder genau würd ich sagen machst du oder mach ich? ja ich bin schon Autsch fuck dieser ich kann ich darf es nicht festhalten fuck ist schrecklich so jetzt kannst du drücken ach verdammt ja ich glaub dann erst müssen wenn du wieder unten bist oder zum auffangen weil ich mir immer noch nicht ganz sicher bin wie du über den Anfaufen weil wir unter dir so ne Brücke aktivieren müssen würde ich behaupten komm da gar nicht hin geht nicht komm mal nicht hin ok hier ist noch ein zweiter unten Moment mal kurz warte du kannst das auf das Ding schmeißen ja das muss auf den Typen landen und dann genau genau warte warte mal wir lassen es mal wieder hier durch so jetzt jetzt müsste man hier wieder aufmachen damit sie es rübertransportiert ja jetzt musst du wieder fahr'n nein nein warum hast du es jetzt abgelegt am Ende das war auch die ganze Zeit schön drauf falls es sich so gegen die Wand geschoben hat wahrscheinlich ach verdammt und konnten hier rechtzeitig drauf weil noch die den Luftzug von der anderen Seite kam ja und irgendjemand muss das dann auch unten desaktivieren damit es rübergeschoben wird Moment mal müssen wir den wieder freilassen du musst es freilassen ja warte mal ganz kurz wie machen wir diese Blöcke da kaputt dass es überhaupt rübergeschoben werden das macht das Vieh glaube ich wenn es dagegen geht weg da nein nicht jetzt nein nicht jetzt du musst wieder drauf ja du schiebst doch erstmal auf den Ding nein ja wir müssen das Vieh unten erstmal wieder nach rechts holen nein das kann ich ja nicht machen das musst du machen ja ist ja korrekt so du musst dann jetzt drauf wenn es runter ist achso Moment mal entschuldige mein Fehler du kannst ja nicht drauf wegen Luft ach komm genau wir kriegen das schon gedeichselt Moment nein ok ich hole nochmal ja ich muss das aufmachen ich weiß ich wollte mir gerade den Stein noch nähen so ok jetzt immer mit der Ruhe so jetzt musst du es wenn es runter ist genau so oh das ist beim ersten Mal fast besser intuitiv hingekriegt als jetzt mit Konzentration oh shit äh ahhh nicht alle gleichzeitig das ist doch meiner jetzt ist da einer ne jetzt ist da einer ok jetzt jetzt wird ich bin nicht drauf kannst nicht drauf wenn ich weg drauf bin ich war nicht drauf ja entschuldigung das war mein Fehler und der letzte ist da einer kann halt nicht hin werden bevor du nicht runter bist ok ok warte mal das ist jetzt so jetzt genau tada 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 kannst du jetzt runter gehen? ich bin wieder zurück alter Falter logik Puzzle äh logik war das nicht das war gerade Koordination ach das ist wieder dieses Ding was waren das für Dinger? einer muss das von unten du musst die auf das gleiche Level bringen die Teile die in der Mitte und einer muss wahrscheinlich auch links mal dagegen hauen irgendwann und du musst das jetzt mal machen ja alle drei müssen das gleiche anzeigen und es wird immer der gegen den du haust und der daneben verändert ja dann musst du irgendwas mir helfen warum? du bist jetzt alleine machen? ja du schaffst das schon na schaff es war aber mehr Zufall als Denkleistung ach es ist nett gewesen wenn du im Moment da stehen geblieben wärst damit jetzt will ich überhaupt freuen danke passt hast den Laser wieder getroffen über uns auf ähm ich mach ich lerne aus deinen Fehlern auch einfach nicht ich mach sie nach holst du mich nochmal hoch bitte? achso Entschuldigung ein Problem so jetzt so jetzt hast du zu lange du brauchst ne jetzt ne du musst direkt drauf jetzt aufhören das gleiche Spiel nochmal kannst du mal oben hier drauf gehen über mir auf den Knopf nein block's mit wollte dir nur helfen Ach, da ist ja Gemeinheit. Die schreien sich bei dem Spiel irgendwann an. Was? Wenn man sie ganzheitlich gebacken kriegt und dann der andere schuld ist. Ach, verdammt. Knochen, überall Knochen. Überall Knochen. Yay. Immer so schön, wenn man so eine Etappe weiterkommt. Ja. Komm mal auf so hoch. Timing. Ja, cool. War noch. Äh, ich muss jetzt aktivieren, wenn du rüberkommst. Den da? Nein. Natürlich nicht den. Den anderen da. Das will ich nicht den Einfacheren. Moment mal, ich muss den aktivieren, damit der auf den anderen Knopf draufkommt. Adapte. Moment. Halt dich mal kurz fest. Dann springen diese Panik wie ein Eifelchen nicht entgegen. Panik. Dann nach links musst du. Dann reichen diese komischen Geräusche. Das sind die Steine über dir gerade. Wie so kleine Mädchen irgendwie. Das ist genau dein Job. Das ist genau dein Job. Vergleiterkrieg durch die Gegend. Boah, das macht dir doch Spaß. Theoretisch schon. Praktisch kriegst du ganz auf die Fresse. So, guck's. Musst du. Ja, okay. Komm. Mich mit. Dann kommen wir halt. Würde ich ja gerne. Durfte ich nicht. Da kommen wir nicht rein. Kannst du Jogi mitnehmen? Nee, nicht so wirklich. Du kannst aber unten den Telefoto deaktivieren. Mach mal unten auf. Unten auf. Links unten. Unterm Ziel. Dann komm ich durch ein Telefoto mit. Ach da, warte. Wo willst du denn hin? Wo willst du hin? Was tust du? Ich will überlegen, wie ich da am besten hinspringe. Nein, ich muss ja von der Seite kommen. Genau. Ach so, noch viel Platz. Und gut, haben wir jetzt den Vogel gebraucht? Und damit, der hat dich doch da hochgeholt. Nee. Ich bin mit dem Feuer den hochgehüpft. Und in den direkt den Vogel rein. So, wirklich? Nein, nicht. Aber gut. So. So, aber jetzt gibt's nochmal eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde, ne? Jo. Ich hab gerade angefangen gemacht, ne? Dann war das wieder eine weitere Folge BattleBlock Theater. Dankeschön fürs Zuschauen. Und wir schaffen das. Die Zielgerade ist quasi erreicht. Und so doof scheint es gerade gar nicht zu laufen. Also, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Vielen Dank.